Viele Leute neigen dazu, die Bibel auf genau eine einzige Art und Weise zu lesen. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, welche vier Arten die Bibel zu lesen es gibt und wie du deine eigene Art durch die anderen ergänzen kannst, sodass du mehr von deinem Bibellesen mitnehmen kannst. Wenn beim Bibellesen dein erster Gedanke ist, was ist der historische Kontext? Wann wurde der Text geschrieben? Wer hat ihn verfasst? Welche Ländergrenzen gabst du dieser Zeit? Welcher König hat regiert? Welche Gedankenwelten gabst du dieser Zeit? Was wussten die Leute? Was wussten sie nicht? Wenn das deine Fragen sind, dann ist deine Lesart die historische Lesart. Du interessierst dich für Fakten, für Hintergründe, für den Kontext. Die Stärken an deiner Lesart sind, dass du ganz genau hinguckst, wo und wann der Text spielt. Und du ordnest die Aussagen von dem Text in die Zeit und in den Raum ein, in dem der Text entstanden ist oder von dem der Text erzählt. Und es ist super wichtig, das zu machen, weil das davor bewahren kann, Wörter oder gedankliche Zusammenhänge genauso zu deuten, wie wir sie heute verstehen. Denn es gibt Wörter, die hatten vielleicht vor tausend Jahren eine andere Bedeutung als heute. Und das ganze Übersetzungsproblem klammern wir an der Stelle einfach aus. Außerdem ist der Gott der Bibel ein Gott, der in Zeit und Raum wirkt. Das bedeutet, wenn wir irgendwas über Gott erfahren möchten, irgendwas über Gott wissen möchten, dann müssen wir dahin schauen, wo Gott in der Geschichte schon mal gewirkt hat. Und das können wir heute in unserer Zeit und in unserem Raum nur, indem wir versuchen, in die Geschichte irgendwie zurückzukommen. In eine andere Zeit, an einen anderen Ort, in einen anderen Raum. Und dazu müssen wir eben geschichtswissenschaftliche Methodik nutzen, die uns eben vorliegt oder die wir benutzen können. Und das bedeutet, wir müssen geschichtlich arbeiten. Das heißt, wir müssen nach Kontexten fragen, nach Datierungen fragen, nach Kulturen fragen und nach politischen Gegebenheiten in einer anderen Zeit. Das Problem an deiner Lesart ist, dass, wenn man zusammen die Bibel liest und man dann erstmal eine halbe Stunde oder Stunde über die Datierung streitet, dann nochmal eine halbe Stunde oder Stunde über den Verfasser und man dann erst zum Text selber kommt, dann ist es für viele nervig. Weil viele leider nicht dieses Interesse mitbringen für die Hintergründe. Ist für mich auch immer schwer verständlich, aber es ist tatsächlich manchmal so. Das Problem ist dabei nämlich, dass man durch diese wichtigen Fragen ganz schnell vom eigentlichen Text abkommt und man es oft halt auch nicht schafft, bei diesen Datierungs- oder Verfasserfragen jetzt als Beispiel, dann genau auf den Punkt, die zu diskutieren. Weil dazu braucht es ja ein extremes Fachwissen. Und es bringen nur wenige Leute so mit. Außerdem können da eben dann auch nur die Leute mitreden, die dieses Fachwissen tatsächlich mitbringen. Und dann wird es für andere schnell langweilig. Deswegen mein Tipp für dich, wenn die historische Lesart deine ist, lese dir viel an zu den Hintergründen, zu Verfasserfragen, zur Umwelt der biblischen Bücher. Und dann versuch, wenn du mit anderen zusammen die Bibel liest, dein Wissen auf den Punkt einzubringen. Sodass Datierungsfragen, Verfasserfragen zwar nicht in der Tiefe diskutiert werden, aber du trotzdem dein Wissen den anderen zur Verfügung stellen kannst, sodass auch die anderen die Möglichkeit haben, auf den Kontext von diesem Text, auf Hintergründe, die wichtig sind, um den Text zu verstehen, zugreifen zu können. Und dann könnt ihr gemeinsam diesen Text besser verstehen. Und ganz wichtig, erzähl nicht alles, was du jemals über die Antike gelernt hast. Wenn dein Gedanke beim Bibellesen eher ist, Ja, Rechtfertigung aus Gnade, das steht auch schon in Römer 3,24. Oder andersrum, das, was hier steht, passt, aber nicht zu dem, was dort steht. Wenn deine Herangehensweise beim Bibellesen ist, dass du immer erstmal Übereinstimmungen einer Textstelle mit einer anderen Textstelle oder Widersprüche einer Stelle mit der anderen entdeckst und erstmal darauf dein Fokus liegt, dann würde ich sagen, ist die allegorische oder die systematische Lesart deine Lesart. Wenn du die Bibel liest, dann liest du eigentlich nicht eine Stelle, sondern du liest ganz viele Stellen gleichzeitig. Du liest eine Stelle, aber die anderen Stellen sind in deinem Kopf und du versuchst, diese Stellen direkt eben entweder in Einklang zu bringen oder sofort Widersprüche deutlich zu machen. Dir geht es darum, ein System zu finden, in das alles reinpasst. Und wenn es da Fehler gibt, dann liegt da dein Augenmerk. Du bist auf der Suche nach einem System, wo klar ist, wie Gott ist und wie der Mensch ist. Und genau darum geht es bei dieser allegorischen Lesart. Dass man die Bibel liest und versucht, alle Bibeltexte oder eben so viele, wie man gerade kann, miteinander in Verbindung zu bringen und eben in Einklang miteinander zu bringen. Sodass alle Bibeltexte zu dem passen, was für die eine wahre Lehre gehalten wird. Und diese eine wahre Lehre kann natürlich für verschiedene Menschen zu einem verschiedenen Zeitpunkt unterschiedlich aussehen, aber es geht im Prinzip darum, Bibeltexte so zu verstehen, dass sie alle in ein funktionierendes System passen. Die Stärken an deiner Lesart sind, dass es super wichtig ist, verschiedene Bibelstellen miteinander ins Gespräch zu bringen. Denn wenn man das nicht macht, dann kann man ganz schnell einseitig werden. Man kann auf einer Seite vom Pferd fallen und merkt es nicht mal. Wenn man aber verschiedene Bibelstellen miteinander in Einklang bringt, dann korrigieren sich verschiedene Bibelstellen ein Stück weit auch gegenseitig. Außerdem ist es super, super wertvoll, nach der Wahrheit zu fragen und daran zu arbeiten, dieser Wahrheit immer näher zu kommen. Und dazu trägt es natürlich bei, möglichst viele Textstellen der Bibel miteinander ins Gespräch zu bringen. Und die Bibel ist ja auch keine zufällig zusammengewürfelte Bibliothek von Büchern, sondern eigentlich sind Leute, die darauf vertrauen, dass Gott durch die Bibel spricht, schon immer davon ausgegangen, dass jedes biblische Buch irgendwie eine besondere Wichtigkeit in diesem Kanon hat. Die Wichtigkeit ist vielleicht nicht von allen Büchern gleich, aber es ist wichtig und es ist zentral, dass jedes dieser Bücher dort drin ist. Das Problem an dieser Lesart ist, es ist ziemlich einfach, überall Widersprüche zu finden, wenn man sie finden möchte. Man kann sich überall Widersprüche konstruieren. Und auch andersrum, man kann sich auch überall Einstimmigkeit, Übereinstimmung konstruieren, wenn man das möchte. Früher wurde die allegorische Lesart dann auch so gehandhabt, dass Stellen, die eben nicht ins System gepasst haben, bildhaft ausgelegt wurden. Und umso schwieriger die Stellen waren, umso bildhafter wurden die Stellen ausgelegt. Und darin liegt natürlich ein großes Problem, wenn man die Grenzen von sowas nicht kennt. Mein Tipp für dich, wenn das deine Lesart ist, nimm erstmal den Text an sich wahr. Und erst wenn du das gemacht hast, vergleich ihn erst dann mit anderen Texten und such erst dann nach Übereinstimmung oder Widersprüchen mit anderen Texten. Und wenn du das machst, dann reduziere dich dabei auf einige wenige. Und umso besser du bist in deiner Lesart, umso besser dein Bibelwissen ist, umso besser kannst du auch genau die Bibelstellen raussuchen, und die eben die wichtigsten sind und die, die am meisten Ertrag bringen im Vergleich. Also entweder die, wo die Übereinstimmung besonders groß ist, oder die, wo der Widerspruch besonders groß ist, oder die, die in Gedanken aufgreifen und noch einen anderen Gedanken hinzustellen, der besonders weiterführend ist. Und ich werde eben versuchen, mich da auf so viele Bibelstellen zu reduzieren, wie man sich auch tatsächlich ausführlich anschauen kann. Wenn dein erster Gedanke ist, wie kann ich das umsetzen? Was muss ich machen? Dann ist deine Lesart die moralische Lesart. Wenn Paulus in Philippe 1, Vers 3 schreibt, ich sage meinem Gott Dank, so oft ich euer gedenke, indem ich alle Zeit in jeder meiner Fürbitten für euch alle mit Freuden bete, und du als erstes denkst, ich muss immer Freude haben, dann ist vermutlich diese Lesart deine. Du liest einen Text und du führst innerlich schon eine To-Do-Liste, was du alles machen musst. Und du hast sowas wie eine ewige To-Do-Liste aus allen Bibeltexten, die du gelesen hast, wo du weißt, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Und wenn du jetzt einen neuen Text liest, dann sammelst du weitere To-Dos aus diesem Text. Ganz ähnlich ist es auch, wenn man sich Prinzipien ableitet aus einem Text. Wenn man nach Prinzipien schaut, die so nach dem Motto funktionieren, wenn ich das tue, dann passiert das. Es geht in eine ganz ähnliche Richtung und würde ich auch in diese Lesart mit reinpacken. Die Stärken an dieser Lesart sind, dass es super, super wichtig ist, einen Text nicht nur zu lesen, sondern auch Impulse für das eigene Leben mitzunehmen. Manche Inhalte versteht man erst, wenn man bestimmte Erfahrungen mit dem, was dort im Text besprochen wird, gemacht hat, weil dann neue Fragen aufkommen und diese neuen Fragen auch zu neuen Antworten führen können. Und weil Gottes Handeln an uns Menschen immer auch auf Veränderung zielt, ist es auch richtig gut, Impulse mitzunehmen, wie man das eigene Handeln, das eigene Leben verändern kann, weil Gott dadurch Veränderung wirkt. Das Problem an dieser Lesart? Manchmal muss man etwas erstmal gedanklich durchdringen, die Zusammenhänge verstehen, um es dann besser und mit mehr Überzeugung tun zu können. Und wenn du von Anfang an versuchst, es umzusetzen, bevor du überhaupt den Zusammenhang in dem Text verstanden hast, den Inhalt verstanden hast, dann fällt es dir unter Umständen viel schwerer, das umzusetzen, als wenn du es erst verstanden hättest. Es kann also helfen, erst mehr Zeit zu investieren, etwas gedanklich zu durchdringen und sich dann zu überlegen, wie möchte ich das umsetzen. Dann funktioniert auch die Umsetzung manchmal besser. Die andere Schwäche, nur weil Paulus irgendwas gemacht hat und es beschrieben wird in der Bibel, heißt es noch lange nicht, dass du genau das Gleiche tun musst. Wenn Paulus Schiffbruch erlitten hat im Mittelmeer, bedeutet es nicht, dass du hingehen musst und Schiffbruch im Mittelmeer erleiden musst. Es hängt immer auch von der Art und Weise ab, wie der Text geschrieben ist, was für dich gilt und was für dich vielleicht nicht gilt. Mein Tipp an dich, versuch zuerst mal den Inhalt und auch die Kontextzusammenhänge gut zu verstehen. Und wenn du das dann gemacht hast, dann frag dich, hey, was muss ich tun? Und dann würde ich auch vorschlagen, zu fragen, welche nächsten Schritte sind für mich jetzt dran? Also was von den vielleicht vielen To-Dos, die der Text mir jetzt mitgeben könnte, ist für mich in meiner Situation jetzt gerade richtig und welchen dieser Schritte kann ich tatsächlich auch gehen? Und dann ist es besser, einen konkreten Schritt mitzunehmen und den wirklich zu machen, als viele To-Dos in der inneren Liste, die einen nur überfordern. Wenn dein erster Gedanke aber ist beim Bibellesen, was sagt das über meine Beziehung zu Gott? Dann ist vermutlich die vierte Lesart deine Lesart. Die vierte Lesart ist die beziehungsorientierte, die anagogische, wo die Frage ist, wie kann ich meine Beziehung zu Gott gestalten und was sagt der Text darüber? Wie kann meine Seele mit Gott connecten? Du findest vermutlich zuerst die Verheißungen, die in dem Text stehen, was Gott dir zusagt. Du staunst darüber, wie Gottes Wesen in dem Text beschrieben wird. Und du willst eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, gar nicht weiterlesen, sondern sofort in eine kontemplative Zeit gehen, wo du Gottes Nähe spürst, wo du Begegnung mit ihm suchst und wo du eigentlich deinen Bibeltext auf die Seite legst und wirklich die Einigkeit, die Einheit, die Verbindung zu Gott suchst. Deine Frage ist also, wie verbindest du dich am besten mit Gott und wie kommst du am besten in seine Gegenwart? Die Stärken an deiner Lesart sind, hey, was gibt es überhaupt Schöneres als Gottes Gegenwart? Vorausgesetzt, man ist geheiligt und ist dafür vorbereitet. Aber was gibt es dann Schöneres als Gottes Gegenwart? Und außerdem ein Ziel der Heilsgeschichte ist es, dass Gott unter den Menschen wohnt, dass da Gott und Mensch in kompletter Nähe beieinander sind und alles Gutes. Kein Leid mehr, keine Tränen mehr, keine Schmerzen mehr, kein Geschrei. Und der Gott der Bibel, so wie ich ihn verstehe, der möchte dir auch begegnen und der möchte genau diese Beziehung zu dir. Das Problem ist jetzt aber, wenn du immer als erstes die Frage stellst, was sagt es um meine Beziehung zu Gott und dann eigentlich sofort in die Gegenwart von Gott irgendwie auf eine kontemplative Art und Weise eintauchen möchtest, dann verpasst du vielleicht wesentliche Charakterzüge von Gott. Weil es lohnt sich, in Texten näher hinzuschauen und dann zu gucken, wie wirkt Gott in dieser konkreten Situation. Und dann werden manche Wesenszüge, manche Charaktereigenschaften von Gott noch deutlicher und dadurch kannst du natürlich Gott noch besser kennenlernen und das wiederum kann auch deiner Beziehung zu Gott helfen, dass sie tiefer wird. Deswegen möchte ich dir diesen Tipp geben, wenn das deine Lesart ist, versuch nicht, das Bibellesen zu verkürzen, indem du sofort in diese kontemplative Begegnung mit Gott gehen möchtest, sondern nimm dir Zeit für den Text und lass auch Gott durch den Text zu dir sprechen und schau genau hin, wie Gott in diesem Text handelt, wie er beschrieben wird, was über ihn gesagt wird und vielleicht kannst du so Gottes Wesen noch tiefer verstehen und Gott dann sogar noch tiefer begegnen. Egal welcher der vier Schriftsähne deiner ist, versuch deinen Schriftsinn durch die anderen zu ergänzen und über viele Jahrhunderte wurde die Bibel mit diesem mehrfachen, in diesem Fall, wie ich es jetzt vorgestellt habe, mit dem vierfachen Schriftsinn gelesen und es lohnt sich wirklich beim historischen Schriftsinn anzufangen, dort auch wirklich einen Schwerpunkt zu legen, damit man die Dinge gut und richtig einordnet, dann weiterzugehen zu Fragen nach den Übereinstimmungen, auch nach den Widersprüchen zu anderen Textstellen, dann sich zu fragen, was bedeutet es für mich, was kann ich tun, was ist mein persönlicher nächster Schritt und dann aber auch immer noch zu fragen, hey, was sagt das über meine Beziehung zu Gott und wie kann das alles, was ich jetzt gelesen und durchdacht habe, dazu führen, dass meine eigene Beziehung zu Gott tiefer wird. Ich glaube, wenn man mit diesen vier Schritten die Bibel liest, dann kommt ganz viel Tiefe rein ins Bibellesen und es bereichert das eigene Verständnis von Gott und der Welt und natürlich auch von der Bibel extrem und führt am Ende aber auch dazu, dass meine Beziehung zum lebendigen Gott tiefer und fröhlicher und manchmal aber vielleicht auch ernsthafter wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Schreib doch gerne unten in die Kommentare, was deine persönliche Lesart ist und was dein erster Gedanke beim Bibellesen ist und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Mach's gut und bis bald.